Willkommen zu Part 5 oder 6 oder 4, 3, keine Ahnung, 5, ach, ja ich glaube auch 5, so. Wir waren hier mal Häuser bauen, am Haus, und dann mach ich jetzt mal weiter. So. Wir müssen auch einen Balkon bauen. Wo bauen die die Steine eigentlich kaputt? Ich glaube, die graben sich da hinten durch den Stein, Benny. Durch die Felsen, da. Hört sich so an. Oha. Oder die graben sich noch zu uns. Hahaha. Ich baue noch mehr roten Dings, ne? Adobetan, was ist das? Hoppa. Adobetan ist Asphalt? Keine Ahnung. So. Äh, unter dem Haus ist per Zoo. Was ist unter dem Haus? Die Zone, wenn man dort runter geht, ist das nicht mehr gut. Okay, okay. Alter, die Zombies machen die Steine kaputt. Boah, ich glaube, ich muss mir eine zweite Festplatte holen. Weil ich habe echt einen Terabyte voll. Ja. Oder ich fühle mir so eine externe und lade da die Videos, die ich nicht brauche mehr. Äh, scheiße. Machen wir hier oben Fenster? Oder Fenster, ja. Okay, hier werden Fenster und hier. Scheiße. Ähm. Ich habe noch zwei Holz gemacht. Gut. Ich habe hier schon ein bisschen oben verstärkt. Jetzt gerade nach acht. Hey, wo bauen die die Steine ab? Hörst du, dass ich die ganze Zeit... Puh, schau. Ich habe es gerade wieder gehört. Oh, klar. Daher kommt ein Zombie zum Haus. Okay, der ist tot. Hey, die Schottie. Scheiße. Scheiße. Diese Musik, ey. Die ist auch sau. Ey, diesen Fettzack schießt ich die ganze Zeit Headshots, ne? Der will nicht umfallen. Okay, zusammengefallen. Alter, wie ist das dunkel? Hast du eine Fackel oder so? Torch, torch, torch. Wir brauchen Cola. O, A, N. Lump of Cola. Kacke. Kacke. Ich gehe runter, weil hier unten nicht ist. Oh Mann, jetzt müssen wir wieder die Nacht durchmachen. Was war das? Keiner. Hahaha. Ich bin nicht. Ich glaube, du solltest die Decke höher machen. Spring mal. Hahaha. Hier unten. Ist so wie bei Minecraft hier. Drei. Drei sind doch okay als Deck. Aber zwei, das ist irgendwie komisch. immer. Klebt man nicht mal weg. Ja. Ich hab eben nicht mehr. Ach. Wann... Wann hören wir auf mit der Aufnahmesession? Das heißt, wir folgen, oder was? Ja, wann wir aufhören einfach. Alter, deine Augen, ne? Also jetzt? Keine Ahnung. Zehn Minuten, okay? Ja. Oh ja, Kiste, gib's mir. Oh ja. Okay, nein. Das... Wieso hast du so eine krasse Brust? Na, guck mal. Die ziehst du so aus, ob du nackt rumläufst. So wie ein Rust. Benni, wir müssen mal Rust zocken. Oder Daisy wieder. Weißt du, als wir Daisy so scheiße gebaut haben? Benni? Hallo, Daisy. Okidoki. Okidoki. Wieso wird sie das in eblig? Hallo, mein Name ist Benni. Dieser Blick, scheiße. Benni! Interimport Ahh. Hallo. Wie geht der Guillem? Hallo. Hallo, ich habe ihn mit coats. Ach, das ist die Konsole. Wenn du Ö drückst, dann öffnet sich die Konsole, weil es den Buchstaben gar nicht gibt. Ja, bei mir kommt immer ein Error. Was soll die Scheiße, ey? Zuckerbillett! Warte mal, rede noch, ne? Breschka, brreschka, 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 brreschka. Breschka, brreschka. Hallo, hallo, hallo! Das ist nicht schlecht. Das Faisst du am besten, ne? Das Faisst. Das Faisst. Window, wo ist die Window? Wo ist die Window? Wo ist die Window? Window, wo ist die Window? Das ist ein Hass, ne? Ich habe... Ich habe... Ich habe... Ich habe... Oh, das ist so... Oh, das ist so... Hast du da nochmal? Hast du da nochmal? Oh, das ist so... Oh, das ist so... Oh, das ist so... Benny, lass den Balkon bauen. Wow. Sieht man hier wohl nicht raus. Hoppa. Ich habe meinen Bruch. Hä, wie repariert man seinen Bogen? Die Stöckchen. Ja. Oh. Wow. Wow. Das ist nicht so wie früher, wo man... im Fenster mit Holz... mit Holz wieder reparieren konnte. Mhm. Und ich fand die Himmelsabend. Heiner. Nee. Alter. Stöckchen. Das ist nicht gut, hör du. Ah, lau mir die Ruhe. Wow, das ist ne... Ich geh raus. Ich geh wieder rein. Ah! Toll, ich sterb gleich, ne? Vor Hunger und so. Moment. Feuer. Use. Kann man keine Eier machen. Oh, wir brauchen dieses scheiß Cook-Ding, ne? Burn-Time, 10 Sekunden. Burn-Time, 1 second. Split. Ich tu da wieder ne Feder rein. Was? Ich hab ne Feder rein getan. Warte, ich tu wieder eine rein. LOL. Also Leute, wenn ihr Feuer braucht in 7 Days to Die, einfach ne Feder ins Feuer. Dann brennt das für immer. Ja. Eine Fackel wär besser. Die ist leise. Wolle? Wolle sammeln? Wieso Baumwolle? Wolle? Wolle? Was gibt's jetzt mal? Oh nein. Ich hole Baumwolle. Also ich hab schon mal einen Baumwolle. Die Baumwolle pflücken. Ist ja ein Schwab. Aha, aha. Mechaniker. Das ist doch die Bilder, die du dir gesendet hast. Ausfällt wieder Tag. Da ist ne Hase, da ist ne Hase. Da ist ne Hase, Benni. Da klang es. Ernst. Ich hab's nicht kommen lassen. Ne, ne noch einmal. Wieso? Wieso? Wallo, wallo, was? Ich hab gesagt, wieso? Egal. Ich hab Penkelas. Oh, diese Musik. Was machst du hier? Hä? Ich bin nur gesprungen. Auf einmal Level Up. Level Up. Scrap Lead. In dieser Leiche. Oh ja, Leiche. Ey, warum? Seit wann haben wir so ein bisschen Sixpack? Der will nicht sterben. Obwohl er schon tot ist. Weißt du, pumpen? So, weißt du. Weißt du. Ich bin klar besser. Ja. Ja, ich weiß. Ich musste. Codes geben, dass man nicht reinkommen soll. Ohne was zu sagen. Also, Benni, es sind schon 15 Minuten wieder. Okay, warte mal, warte mal. Ich brauche noch schnell den Steil ab. Okay. Ach, lol. LOL, ich habe eine Glasscheibe gefunden. Und Gunpowder. Benni, ich habe eine Glasscheibe. Eine durchsichtige. Wo soll ich die platzieren? Okay. Aber wo? Wo? Okay. Die ist zerschmettert. Was? Die ist zerschmettert. Die Scheibe. Ja, so in der Art. Also, ich benne jetzt mal mein Part hier. Bis zum nächsten Mal, Leute. Und wir sehen uns. Tschüss. Benni, willst du noch was sagen? Bis ich jetzt zurückkomme und danach aufhör? Okay. Tschüss.